Herzlich Willkommen Leute, hier ist Starlucat von JustUnskill mit einem ganz kleinen Informationsvideo für euch. Viele Leute haben gefragt, wann die nächste Community-Runde ist und da ich in einem Feed nicht immer schreiben möchte, wann ich wieder eine mache, da dies einfach zu schnell wieder weggescrollt wird bzw. nicht mehr zu lesen ist, mache ich ein ganz kleines Infovideo für euch. Die nächste Community-Runde bzw. Community-Runden, je nach Anzahl der Leute, wird am 14.08.2012 sein, das ist der nächste Dienstag für uns, also seitdem das Video hochgeladen wurde. Ich möchte mehrere Runden machen, da ich ja immer nur zwei Leute mitnehmen kann, da ein Five on Five ausgeschlossen ist, da wir einfach noch nicht zusammen gespielt haben. Das heißt, pro angegebene Uhrzeit können zwei Leute mit mir mitspielen, ich werde alle Uhrzeiten nochmal reinschreiben und hoffe auf eure Antworten. Im Groben werden es ungefähr sein, das kann sich jetzt je nachdem zwischen dem Video aufnehmen und dem Upload noch ändern, 11 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr und 17 Uhr sein. Kann ich aber noch nicht ganz versprechen, also vier Community-Runden würde ich machen, die Uhrzeiten schreibe ich zur Not nochmal rein. Ich hoffe auf eure Teilnahme, denn ab nächsten Dienstag beginnt mein Urlaub. Also, macht's gut Leute!